Willkommen bei einfach Bibel lesen. Zurück sind wir. Ich habe immer noch das selbe Shirt an, weil, wie gesagt, im ersten Video, ich nehme diese Videos einfach am Stück auf, so viel, wie ich denke, ich schaffe, und dann schneide ich die in ein paar Teile, damit ich jede Woche ein Video posten kann oder vielleicht irgendwann auch jede Woche mehrere Videos posten kann. Das nur zu der Erklärung. Aber heute geht es weiter mit Markus 1. Wir haben bis jetzt gelernt, dass wir die frohe Botschaft lesen von Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und was wir bis jetzt gelesen haben, ist, dass es prophezeit wurde, dass jemand kommen wird, der jemand anderes den Weg bereiten soll. Also, in Deutsch übersetzt, wir haben gelesen, dass Johannes der Täufer zuerst kommt und er die Menschen darauf vorbereitet, dass Jesus kommen wird. Und Johannes hat die Taufe der Buße gelehrt. Und zwar, dass man seine Sünden bekennen, also das, was man falsch sagt, weiß, dass es falsch ist, und jetzt einen anderen Weg einschlagen möchte. Und er hat mit Wasser getauft, aber hat dann gesagt, aber es kommt jemand nach mir, was wir wissen, dass es Jesus ist, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Was das bedeutet, das werden wir noch weit in der Zukunft irgendwann lernen, aber das ist das Erste, was wir letzte Woche, beziehungsweise gerade eben, gelesen haben. Und wir würden jetzt einfach weiterlesen, und zwar ab Vers 9. Wie gesagt, wenn ich irgendwas vergessen habe, könnt ihr mir das unten in die Kommentare schreiben, und ich werde wahrscheinlich Shorts dann posten mit den Antworten, mit den kurzen Antworten, die ihr mir gestellt habt. Ok, ok, lesen wir einfach weiter. Ich habe wieder vergessen, Rekords zu drücken. Ist nicht so schlimm, weil ich habe ja ein Mikrofon da, es ist nicht so gut wie das hier, aber es ist, ich nehme ja trotzdem auf. Wie letzte Woche schon gesagt, diese Überschriften, die wir hier sehen, die gibt es nicht in der Bibel eigentlich. Also das, was Markus aufgeschrieben hat, das gibt es nicht in der Bibel. Das, was Markus eigentlich geschrieben hat, ist ein Text, der durchgeht, ohne Verse und Kapitel und Überschriften. Aber es hilft uns ganz gut, dass die Menschen, die es später übersetzt haben, Gliederungen gemacht haben und uns einfach es einfacher gemacht haben, die Bibel zu lesen. Und deshalb lesen wir hier die Taufe Jesu Christi und die Versuchung in der Wüste. Also schon mal zwei Punkte, die wir als nächstes lesen. Und ich fange an zu lesen, Markus 1, Vers 9. Und es geschah in jenem Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Interessant, interessant, was hier passiert. Also, wir haben in den ersten acht Versen gelesen, dass Johannes da gewesen ist und die Menschen getauft hat. Und gesagt hat, irgendwann wird jemand kommen. Und dieses Irgendwann ist jetzt auch mittlerweile eingetroffen. Und zwar kommt der Jesus, Jesus aus Nazareth, kommt zu den Johannes und sagt, Hey, also wir wissen nicht, was er sagt hier in diesem Teil, wir wissen nicht, was er sagt. Aber es ist so, dass Jesus zu Johannes geht und Johannes, Jesus tauft. Und im gleichen Augenblick, wenn er unter Wasser ging, haben wir ein krasses, krasses Miracle. Was ist das Wort? Miracle. Wunder. Meine Güte. Wunder gesehen und der Himmel ist aufgerissen und der Geist ist wie eine Taube auf ihn herabgestiegen. Und Geist ist hier, okay, welcher Geist, das können wir hier eigentlich nicht lesen. Ich habe unterschiedliche Übersetzungen und trotzdem heißt es immer nur der Geist, der Geist, der Geist. Das Ding ist aber, dass ich weiß und wir wissen und wir wissen es auch später und es kommt drüber und wie auch immer. Wenn hier von der Geist gesprochen wird, dann ist es der Heilige Geist, der auf Jesus runterkommt wie eine Taube. Und was noch krasser ist, ist, dass die Menschen da eine Stimme aus dem Himmel hören. Und diese Stimme sagt, jo, das ist mein Sohn da unten. Ich bin stolz auf ihn, sozusagen. Ich habe wohlgefallen an ihn. Jesus wird getauft und bekommt den Heiligen Geist, in diesem Fall. Das Ding ist, Johannes hat zwar zu den Sündern gesprochen und die Sünder getauft und die Sünder gesagt, die sollen umkehren von ihrer Sünde und Buße tun. Jesus, wissen wir, Jesus hat nie gesündigt. Er ist ja der perfekte Mensch gewesen, der nie gesündigt hat. Trotzdem hat er sich taufen lassen, um einfach zu zeigen, wie wichtig diese Taufe ist. Natürlich gehört da noch so viel mehr dazu, wieso er sich jetzt taufen lassen hat. Aber das ist für uns jetzt wichtig, weil wir ja gelesen haben, die haben doch Buße getan, also die haben ihre Sünden bekannt. Und Jesus aber brauchte keine Sünden zu bekennen, doch die Taufe ist trotzdem wichtig. Und in 13 haben wir die super Kurzform von der Wüstenszene, von der Versuchung von Jesus. Und hier heißt es nur, dass er 40 Tage in der Wüste war und vom Satan versucht wurde. In einem anderen Evangelium werden wir noch viel detaillierter auf das Thema reingehen, wie er versucht wurde und vielleicht noch viel, viel tiefer in, was die unterschiedlichen Versuchungen bedeuten, auch für uns heute. So, dann lesen wir weiter, weil wir haben noch genug Zeit. Hier ist wieder eine Überschrift, aber wie gesagt, wir wissen, Überschriften wurden später hinzugefügt. Aber wir lesen der Beginn des Wirken Jesu in Galiläa. 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium von Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. So, jetzt, wovon Jesus hier spricht, ist vom Evangelium vom Reich Gottes. Okay, also er ist nicht gekommen und sagt, ja, ja, das ist die frohe Botschaft von mir, sondern das ist die frohe Botschaft allgemein vom Himmelreich. Das ist wichtig zu unterscheiden. Wenn wir Evangelium lesen, heißt es nicht immer Evangelium, Jesus Evangelium, also die vier Evangelien. Das würde ja auch keinen Sinn machen, weil das ist bis dahin ja noch nicht aufgeschrieben worden. Wie auch immer. Und was wir auch sehen, ist, dass Johannes gefangen genommen wurde und dass Jesus praktisch seinen Job zum Teil übernommen hat, und zwar der Teil, das zu erklären, dass die Menschen Buße tun sollen. Jetzt fügt er hinzu, dass sie auch an das Evangelium, an das Evangelium vom Reich Gottes glauben sollen. Die Berufung der ersten Jünger. Als er aber am See Galiläa entlang ging, oder wie wir auch hier lesen können, See Genezareth, entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus in See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischer machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihnen nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze fliegten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater, Zebedeus, samt den Tageslöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Was lesen wir hier? Also, wie ich immer empfehle, einfach nur nochmal zusammenfassen, was überhaupt passiert ist. Und daraus wird man so viel mehr verstehen, was hier auch gelehrt wird, oder ob überhaupt was gelehrt wird. Weil manchmal ist es einfach eine Erzählung. Natürlich ist immer irgendwas Tiefes darin, aber erstmal ist es eine Erzählung. Es ist die Frohe Botschaft von Jesus Christus. Aber wir sehen hier, dass Jesus weitergegangen ist. Er ist gegangen, Jesus ist immer weitergegangen und nicht gegangen. Nicht so wie wir, wir sitzen den ganzen Tag auf der Couch, sondern Jesus ist gegangen, gewandert, durch Städte gereist und so weiter. Er ist nicht still stehen geblieben, also schon manchmal, aber die meiste Zeit und jetzt gerade nicht. Und zwar, sein Auftrag ist jetzt, und das sagt die Überschrift uns, eigentlich können wir es noch nicht wissen, aber wir sehen, er möchte die Jünger berufen. Seine Jünger berufen. Und wir sehen, die ersten zwei sind Simon und Andreas. Beides waren Fischer. Und Jesus geht einfach zu ihnen hin und sagt, ihr beide, ihr kommt mit mir. Folgt mir nach. Und ich will euch zum Menschenfischer machen. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Aber anscheinend hat er so eine Präsenz, dass sie in 18, da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Das heißt, irgendwas muss mit diesem Mann, mit diesem Jesus, von dem Markus hier erzählt, irgendwas muss mit dieser Person sein, dass die beiden, dass Simon und Andreas sich gedacht haben, okay, dieser Typ muss irgendwie besonders sein, wir folgen ihm jetzt nach. Was ich mein ganzes Leben lang, und ich weiß auch gar nicht warum, aber das ist, wenn man irgendwelche Kinderbibelfilme guckt oder sowas, wo alle Leute mit dicken Bart haben, habe ich immer gedacht, dass die Jünger alte Männer sind. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber das habe ich immer gedacht. Also, falls ihr das zufällig denkt, nein. Sie waren junge, junge Männer. Dann haben wir weitergelesen, dass nicht nur Simon und Andreas dazugekommen sind, die Brüder waren, sondern auch die Brüder Jakobus und Johannes. Sie waren die Söhne des Zebedeos. Auch sie waren gerade auf dem Schiff und sie fliegten ein Netz. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt, hey, kommt mit mir, folgt mir nach. Und was machen sie? So gleich lassen sie alles stehen und liegen, geben dem Vater nochmal Bescheid, hey, wir gehen jetzt mit diesem seltsamen Mann, den wir noch nie gesehen haben. Seltsam haben sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber wir gehen jetzt mit diesem Mann, den wir noch nie gesehen haben, gehen wir mit. Ja, darum sage ich immer, ich finde es immer so cool. Er hat wahrscheinlich eine richtig krasse Präsenz gehabt. Jesus, irgendwas muss mit Jesus gewesen sein, dass man einfach alles stehen und liegen lässt. Und dann habe ich nochmal eine Sache zum Abschluss, Menschenfischer. Und für mich als Kind war das immer was richtig cooles, weil ich es verstanden habe. Ich habe es damals schon als Kind verstanden, was sie machen sollen. Und zwar gehen sie auf die Einkaufsstraße und angeln Menschen. Natürlich, was soll es sonst sein? Mein Spaß, das ist so dumm, aber mein Spaß, das ist es natürlich nicht. Und klar, ich greife schon ein bisschen voraus, aber das große Ding ist ja, dass Jesus Leute sucht, die er lehrt und dann später weitere Menschen zum Glauben führen. Und Menschenfischer ist einfach so ein cooles Wort hier, ist, dass sie rausgehen in die Welt und Leute für Jesus, letztendlich Leute für den Himmelreich berufen und fischen und rausholen. Und das ist ja eine Aufgabe, die wir auch haben als Christen. Wenn du jetzt noch kein Christ bist oder wie auch immer, dann ist es trotzdem deine Aufgabe, denn du sollst zu Jesus kommen. Aber erstmal nicht. Erstmal sollst du herausfinden, was die frohe Botschaft ist. Das ist deine erste wichtige Aufgabe. Was ist die frohe Botschaft? Und das lesen wir jetzt. Ihr mit mir, ich mit euch. Und ja, das war es für diese Woche wieder. Für diese Zeile, für diesen Abschnitt. Nächstes Mal machen wir weiter. Und ja, vergesst nicht alle eure Fragen, die ich rausgelassen habe, eure Anmerkungen, auch eure kritischen Anmerkungen, weil ich nicht der beste Bibelstudierte Mensch bin und Sachen rausgelassen habe. Könnt ihr mir die unten hinschreiben und wenn ich irgendwas Wichtiges rausgelassen habe oder sowas, dann werde ich kleine Shorts posten, wo ich diese Fragen, Anmerkungen oder sowas auch nochmal anspreche. Genau, das hilft nämlich sehr gut, um nichts zu verpassen. Und deshalb, um nichts zu verpassen, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann könnt ihr nächste Woche, werdet ihr direkt wieder alarmiert, wenn das nächste Video kommt. Aber bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar.